Hallo zusammen, meine Stimme ist die vom Mänzli, vom Mänzberger Walzwerg. Sorry zusammen, meine Stimme ist die vom Sperbli. Ich bin der Hausvogel vom Mänzli, von meinem besten Freund. Ich wohne auf einem Mänzberg in einer Waldhütte und wir haben schon zusammen ganz viele Sachen erlebt. Ich weiss also selber auch nicht genau, wo die ist, aber ich finde immer irgendwie wieder heim mit dem Sperbli zusammen. Also ich kann an unseren Reisen immer am liebsten, dass irgendetwas passiert wegen Mänzli. Was, Sperbli? Musst du doch nicht so Kabis erzählen, du freche Zweiflügler. Wegen dir haben wir zum Beispiel noch nie den Weg auf den Napf gefunden. Ja, Mänzli, vielleicht hast du ja recht. Aber weisst du was? Ich finde ja immer wieder aus unseren Misieren, gell? Also, also mein Lieblingsabenteuer ist das von der Traumwelt. Weil diese Geschichte so herzig ist. Und, und auf dem Pilatus, wo wir den Herr Büssiger antroffen haben. Nein, Sperbli, 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 oh nein! Auf dem Pilatus hat es gewindet und im Nebel dort haben wir den Herr Büssiger antroffen, in der Waldhütte. Ah, stimmt! Mänzli! Und in der Geschichte falsch und doch richtig, hatte ich ihm Schopfi gesperrt. Und wegen dem haben wir den Weg wieder nicht auf den Napf gefunden. Nein, 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 Sperbli, oh nein! Du bringst alles durcheinander. Also, am besten, am besten, hört ihr unsere sieben Geschichten schön der Reihe an, denn dort ist alles schön geordnet. Für. Lütt.